Musik Ich baue keine Flammenwerpergeschütze in naher Zukunft. Ja, für uns sind gerade ein paar Probleme aufgefallen, die wir unbedingt beheben müssen. Und wir haben kein Kupfer, dadurch haben wir keine Kupferkabel mehr und dadurch kommt unsere ganze Produktion zu überlegen. Naja, was ich erzählen wollte... Das ist kein Problem. Wir befinden uns wie in einem Multiplayer-Faktorium mit dem Tisch. Guten Tag. Ich brauche mal ein bisschen heißen. Du kümmerst dich hier drum, oder? Wie sieht das aus? Ja, ich baue welche. Ich habe auch gar noch einen eingesackt. Ich brauche Laufbänder. Du hast mit der grünen Fläschchen übertrieben, aber auch ein bisschen übertrieben, oder nicht? Was? Blauen Fläschchenproduktion. Ich sehe nichts. Die blauen? Ja, die grünen. Ups, warte mal, ich muss einmal... Ist sie so ein bisschen? Das staut sich ja bis zum Bau davon. Ich brauche drüben Fläschchen. Also, sag mal nichts. Ja, ich weiß, war vielleicht ein bisschen... Ach, warte mal, weißt du, wie wir das beheben können? Sekunde. Wo? Ähm, Till, wo staut sich was? Was hast du gemacht? Ich habe sie doppelt gelegt. Ach so, die grünen Fläschchen können können, da war das nicht klar. Hier wäre es, wenn wir da einfach nochmal ein paar... Ich kann sogar gerade ein Labor bauen, sehr geil. Ähm, ja. Du kümmerst dich um die Kupferproduktion, ne? Ja, gut. Denn ohne Kupfer geht ja eigentlich so gut wie gar nichts. Das ist so ein bisschen das Problem dabei. Und dann haben wir festgestellt, dass wir die blauen... Wo sind sie? Blauen Fläschchen herstellen können. Dafür haben wir schon ein bisschen Vorarbeit geleistet. Was hast du hier festgestellt? Ich wusste das schon seit Ewigkeiten. Ich habe es gerade eben festgestellt. Oben haben wir die Batterien. Ähm, und für die erweiterten Schaltkreise... Warte mal, was wollen wir denn jetzt erforschen? Das da. Das da? Das da. Ich muss immer für mein Logistiksystem kämpfen. Deswegen nicht wundern. Ähm. Dö. Dö. Und do it like that. So. Vielleicht geht das Ganze jetzt noch schneller. Wir müssen das ganze Forschungssystem eh nochmal umbauen. Aber, äh... Was weiß. Das kennen wir ja. Ja, aber die Zuschauer nicht. Also wenn wir es das nicht löst haben, hatten wir deutlich zu wenig. Aber überleg mal. Der eine hier hat schon alles weggefressen, ne? Was heißt also... Ähm... Super-Til, den hast du sehr schön platziert. Das heißt also, dass... Der baut doch ab, oder nicht? Was? Der hat auch abgebaut. Das zeigt, der muss doch aufweg. Nein, der hat eben nicht abgebaut. Das war das ja gerade. Äh, bau nochmal hin. Jetzt baut er ab. Er war ein zu weit links. Der macht das Ganze gefällig nach... Nein, nein, der soll nach rechts. Aber für den vergesst mir aber das da. Das da. Das da. Das hier. Das ist einer. Ja. Naja, wir müssen eh hier nochmal umbauen. Aber wie ihr seht, unsere Felder werden langsam... Äh, wo es wird kleiner, merke ich hier gerade. Eisen müssten wir mal in irgendeiner Satz finden. Oder weiter nach unten abbauen. Hey, Till, du weißt doch wieder so gut, wie das geht, oder? Ich hab keine Sprache verstanden, oder? Uh, Flammenwerfer. Ja, scheiße. Hier baue ich mit Kohle ab. Das ist Mist. Das ist Mist. Was machst du denn da? Das ist ein kleines Problem. Da müssen wir irgendwie mal... ...weiß Arme mit Filtern bearbeiten. So, jetzt wird die... ...smehr nicht abgebaut. Ja. Ach, ich wollte gerade sagen, wieso... ...wieso arbeitet der denn nicht, aber, äh, ja. Ja, tu mir leid. Go, verbraucht Platz. Äh, ja, das reicht ja jetzt erstmal wieder. Das war so gut zu machen. Wie kann die scheiß Kohle eigentlich reichen? Wieso? Ach so. Das sind kaum Abbauteile. Das stimmt. Das stimmt. Und ich meine, das, 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 das staut sich. Stimmt, du hast recht. Jetzt, wo du es sagst. Also komm, das Eisen haben wir jetzt auch wieder gut in den Griff bekommen. Ja, jetzt musst du Kupfer. Jetzt musst du Kupfer, aber müssen wir dann nach oben machen. Ne, was wollte ich gerade machen? Ach ja, Flammenwerfer. Du brauchst doch das Holz nicht mehr, oder? Hm, ne, eigentlich nicht. Super. Die haben ja sogar alles oben. Das braucht nur leicht, leicht, schwerer Öl und Eisenplatten. Was wollte ich eigentlich gerade tun? Ich wollte mich um die rote Dingsons, äh, Produktion kümmern. Um die rote, äh, um die Erweiter... Ach, scheiße. Till! Hab einen Auftrag für dich. Was? Benötige Kunststoff. Kunststoff? Kunststoff. Kunststoff? Kunststoff. Ich stelle mir das her. Hol und Petroleum, willst du nicht verarschen? Petroleum, ich bin total am Arsch. Hallo. Ach, scheiße, muss man ja doch Kohle da oben hochlegen. Hey, wie kannst du die Produktion nicht würden irgendwie machen? Ich verarschen. Ich wollte nicht, dass wir Petroleum nach unten. Du legst schön Kohle nach oben. Auch mein Ohr. Wo zwack ich das denn jetzt auch mal am blödsten ab? Du bist ja auch lustig. Ey, warte mal, wir haben hier noch Platz. Da kriegen wir noch ein drittes Förderband durch. Die Förderbandstraße hier, das ist voll geil. So, da können wir erst mal was durchlegen. Komm mal hier runter zur... Ach, scheiße, du bist gar nicht ganz oben. Äh... Nö. Dann benötige ich ein... Den. Stehenbleiben. Passt nicht. Mist. Hier passt's. Das ist völlig geil, was ich hier gerade baue. Äh... So. Scheiße, der braucht Strom. Wenn ich den rausnehme, ne? Dann geht hier gar nichts mehr, ne? Und auch, es funktioniert sogar. So, natürlich, du kriegst jetzt langsam Kohle nach. Weißt du, was? Wollen wir mal nicht so geizig sein. Du kriegst... Du wirst gleich erschlagen mit... Du wirst gleich erschlagen mit, äh... Sachen. Äh... Waddaf... Wuck. Waddaf, wuck, wuckst du da? Wussel, du willst Materialien haben. Ich geb dir Materialien. Du verstehst, was ich meine? Die, what? Die, die... Wuh, fuck, 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 fuck. Hast du dich gerade ernsthaft selbst in Brand gesetzt? Nein. Du bist so doof, ne? Nein, du bist nicht. Oh, Till. Das ist nicht schädlich für die Umwelt. Das ist ganz bestimmt nicht schädlich für die Umwelt. Aua! Dein Ernst? Nicht schädlich für die Umwelt. Das ist dein scheiß Ernst. Ja, wir sollten vielleicht ein bisschen was aufbauen. Logistik-Roboter. Ja, 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 die waren jetzt ganz praktisch. Ich glaube, das war ein... Fuck, dass wir die ganze Leute haben. Äh, du hast hier oben gerade unser Förderband, ne, zerschossen. Äh, das tut mir leid. Tolle Idee. Finde ich auch. Ist es dein Ernst? Kannst du, wenn du, mal den bitte auch noch einmal in Brand setzen? Den hier. Den einzelnen. Den überall noch einzelne Bäume. Nein, den hier unten, das einzelne Förderband. Äh, wo kommt das denn her? Das kommt von hier oben, du hast das andere zerschossen. Und mir fehlt das Gegenstück dazu, deswegen muss ich ein neues... Ach, du hast das zweite Gegenstück. Ähm. Wieso haben wir hier ein umgedrehtes Förderband? Interessant. Interessant. So, wie schön, dass hier oben dann alles zu mir liegen gekommen ist. Auch sehr gut. Ah, Tee macht hier alles kaputt. Super, echt. Wie viel hier noch so in 42, 85. Okay, das reicht erstmal noch ein bisschen. Ja, sehr gut. So, er wollte Kohle oben haben, dann machen wir das auch erstmal. Äh, ja, ich wollte gerade sagen, was ist denn jetzt los? Zack, 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 zack. Hups. Den Hedge. Ich wollte auch über den Nussling abwauen. Hups, soll aber auch keine Förderbeine mehr, sehr gut. Dann soll er sehen, wie er klarkommt. Aber es sieht doch schon mal ganz gut aus. So ein dickes Band läuft. Und die Kohle kommt nicht zu überlegen. Das ist echt interessant. Jetzt so langsam hat sie gerade ein bisschen zu kämpfen. Warte mal, kann ich mir nicht noch irgendwo ein paar Abbauer... Oh, hier oben hat keiner keinen Strom. Ah, Kupferplatten, da kommen wir immer noch nicht mit hinterher. Das ist ein Phänomen. Gut, uns fehlt auch die ganze Seite hier. Das wird ja auch langsam eingearbeitet, wieder eins, zwei, drei. Ja, 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 sehr gut. Ich hoffe mal, wir kriegen... Ich wollte gerade die Kamera drehen. Ich hoffe mal, wir kriegen auch den kleinen Versatz da weg. Ach, das wird von da rüber da. Äh, ich hab kein Förderband mehr. Nein, so war auch nicht die Idee. Ich wollte es bitte. Äh. So. Ehrlich gesagt, machen wir es einmal kurz so. 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 Und so. Dann antwortet es. Sollen wir mal wieder kurz nicht? Hüppala. So. Jetzt geht das nämlich hier. Sehr gut. Dann können wir uns auch langsam hier dran mal machen. Das arbeite ich jetzt aber nicht per Hand ab. Der zerstört ja alles. Ey, es ist nicht wahr. Warte mal, wo ist denn der andere? Äh. Warum ist das eigentlich so kompliziert? Na, komm. So. Hallo. Geht doch. Ja, jetzt sieht's gut aus. So, jetzt hoffe ich mal, dass auch noch welche... Natürlich nicht, weil ich dafür wieder Eisenplatten benötige. Es ist... Ach du... Ach du Herr Jemini. Jetzt weiß ich... Ach du Scheiße. Jetzt weiß ich, was Tee gemeint hat. Jo. Jo. Ich höre mich los. Ich höre mich los gerade. Äh, wieso? Weiß ich nicht. Jetzt leise. Ne, ich höre mich immer noch, aber es ist besser. Sag mal, was hast du nicht gemacht? Du hast den... Du bist leise. Besser? Ja. Ja. Jetzt höre ich mich immer wieder doppelt. Ich höre mich wieder doppelt. Wie, wärst du eine Kopfhörer aufsetzen? Na, hab ich nicht. Jetzt geht's. Nicht. Du hattest doch aber ein Headset. Na, ist das kaputt. Hat doch funktioniert. Der Halbhörer ist weg. Ja, aber... Ich höre mich doppelt. Das ist scheiße. Aber, du hast hier das halbe System in die Luft gejagt, hier. Was? Kann ich reich haben? Was würden Baumann und Klausen sagen? Trink das Besprechungs-Caffeine. Bis zur nächsten Folge. Tschüss und auf Wiedersehen.